Wie versprochen ein Neustartes Szenario. Also, wir hatten ja schon Fluss gestellt. Sollten wir es schaffen. Wir nehmen hier unten erstmal ein bisschen. Nicht, dass ich wieder vorbeilaufe und dann ja. Dann habe ich keine Chance mehr, da runter zu laufen. Wir müssen unbedingt eigentlich 1, 2, 1, 2, Neuen Helden finden. Und drauf da. Ohne Verluste. Werde gleich so laufen. Okay, warum steht der hier einfach noch im Weg um? Ah, mich juckt es ja eigentlich hier den anzugreifen. Also, schade. Ich hatte gehofft, er kommt mit. Ich hatte gehofft, er kommt mit. Ich glaube, ähm, Barbaren kommen selten welche. Ich habe Spaß. Nein! 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 Schade, hätte ich noch nie eine Runde länger aushalten können. Da, ja, da. Okay, nachher noch ein bisschen aufbleiben. Warum macht denn der so eine gute Moral? Was soll das denn? Zehn gegen fünf. Vier gegen neun. Drei gegen neun. Zwei gegen neun. Eins gegen neun. Eins gegen neun. Eins gegen neun. Schade. Nein! Ah, Mann! Ich kann nicht mehr schießen. Ich kann nicht mehr schießen. Das war ja klar. Warum hat der so eine gute Moral? Was soll denn? Verdammt. Ich habe mir jetzt eins länger aushalten lassen. Ah, ne. Reicht nicht. Reicht nicht! Gehen wir da? Ne. Ach, ne. Ach, ne. Okay. Dann gleich noch ein startendes Szenario. Schade. Obwohl, wir brauchen hier das Szenario gar nicht starten. Und zwar es reicht hier, wenn ich hier das Autosave neu lade und wirklich jetzt erstmal auf den Hilden gehe. auf den Hilden gehe. Ach, ne. Ah, ne. Also, ich habe das nicht. Ja, der Nachbar ist mit dem Board jeden Moment. Da hat man alles gut. Ach, ne. Ja, die Hilden ist es. Also ab in die Burg gleich und dann wollen wir uns dort stößen, was der Urk dort bewacht. Oh, ich dachte hier oben geht's schon. Falt abgebogen. Ja und ich muss eigentlich unbedingt, ich werde, wenn ich kurz Pause mache, werde ich mal gucken, dass ich hier eine Karte finde, von dem Map von dem Szenario der Kampagne. Dass ich mal reinkommen kann, wo denn eine Taverne ist, wo ich mir eine Schießerei, dass ich mir noch einen zweiten Helden hole. Weil mit einem Held ist mir das echt, das ist mir nichts. Was soll das auch? Gibt's denn sowas? So. Und dann hier einsammeln. Stummkopf. Ich wollte doch... Kristalle. Machen wir auch gleich noch. Also erstmal hier oben die Orks einsammeln. Die Orks, die hier waren. Goblins, meinte ich. Nicht Orks. Die Orks, da drüben an der Seite nehmen wir auch gleich noch mit. Ja. Ich habe keine Scheiß. Wie ist das? Wie ist das? Das ist das? Wie ist das? Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Okay, die gehen voll unten drauf. Angreifen. Warten. So, angreifen. Und angreifen. Angreifen. Jawoll. Schau dir um die Orks, aber... Was hab ich denn mit Orks? Ein Goblin? So, und hier die Goblins nehmen alle mit. Alle unsere. Der beschafft uns, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ein Mana-Protat. Ja, mein Lieben. Ach, wir gehen noch mal hoch. Nehmen die gleich noch mal mit, die in der nächsten Woche kommen. Und hier, da? Na, muss ich unbedingt... ...den Marktplatz bauen? Ja. 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 Attacke. So, hier hoch. Ja, mehr Goblins. Edelsteine. Oh, jawoll. Das kostet nur Geld, okay. Hier. Und hier unten. Oh, hier oben glitzert's noch. Da oben glitzert's noch. Ach, das find ich spannend. Ja, ich bin eine Frau. Ähm, wenn's funkeert, glitzert, ne? Ja. Kommt mit. Gerne. Sehr schön. Jawoll. Ähm. Ja, das ist schön. Ja, das war klar. Und sehr schön. Und zehn Stück. Sehr schön. Das heißt, wir können das auch machen. Und danach hab ich grad gesehen, Baumars Rohstoff-Silo. Danach nehm ich hier unten das noch mit. Ah, hier die. Stimmt, die gab's ja auch noch. Konnt ich die noch vergessen. Äh, ja. Rohstoff-Silo wär ich so voll. Ja, gerne. Kommt mit. Ah, das brauch ich mir ja. Ich brauch hier überall Steine. Ich brauch hier überall Steine. Okay. Hier. Ja. Guck mal den Baraka. Oh, stimmt. Das hab ich ja ganz vergessen. Oh, ne kleine. Mach ich's oder mach ich's nicht? Ähm. Ne. Es wär auch wieder zu heiß, ne? Wenn da irgendwelcher Schmutz dahinter ist, ja? Ähm. Also es heißt Schmutz. Ja doch. Ich brauch zum Beispiel. Momentan absolut keine erste Hilfe oder sowas, ne? Meine erste Hilfe? Okay, was soll ich damit tun? Belegt mir nur ein Platz. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah, mein Skills. Okay. So. Wir nehmen uns hier wieder mal ein bisschen was mit. Die Dodge, die Blende als Verteidigung. Jo. Wir lassen das mal so. Der hier gefällt mir nicht. Warum hat denn... Hä? Riecht denn der Titan schon her? Egal. Der soll sich zweimal überlegen, ob er hier bei mir rumschleicht. Oh. Das ist interessant. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was? Was ist denn da oben? Das ist so ein, ähm, äh, wie so ein Soldenerlager oder sowas. Das ist ein Zebdeck in Titan. Und hier fallen so viele unterschiedliche. Ja, wenn ihr die Titanseite schießt. Ja, okay. Auf den Titan, was sonst? Auf den Titan, was sonst? Ja, du wattest mich noch. Ja, du wattest mich noch. Wir warten dann da oben. Ah, okay. Ach, so. Der kommt nicht ganz ran. Der dürfte auch nicht ganz ran kommen. Der kommt aber dort dran und stellt sich einfach nur davor. Oh doch, er kommt ran. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Ah, schade. Okay, aber so viel haben wir jetzt nicht verloren. Hm. Verlusten. Aber es hätte wesentlich mehr Verluste geben können. Ich finde es aber hier drüben interessant. Ich will hier ein bisschen weiter nach Erkunden. Was ist hier zufrieden? Was ist hier zufrieden? Ach! Ich kann keine, ähm, normalen Kompetenz mitmachen. Eine Taverne! Eine Taverne! Eine Taverne! Komm mit für, äh, die da! Eine Taverne! Ja, Balliste! Ähm... Wow! Ähm, ja, greif mal an! Auf, left of Kleid. Auf, left of Kleid. Auf. khnt companies Ich hab ja schon ein paar mal gesagt, warum das du blöd hast, schneller. Der hat genau meine Aufnahme. Ja, Magie ist nicht schlecht, aber ist auch gefährlich. Die kann auch Ballist. Und zwar, die kommt zur Verteidigung hierfür. Geh ich hier unten vielleicht durch? Nee, da komm ich nicht durch. Okay. Und er wird ein Sammler sozusagen. Ich glaube, dann sind sie Deutsch und diese Deutsch. Und da sind, ähm, ja, Wolfsreiter drin. Ja. Und dann kann er nämlich schön, also der hier, der auch Ballist kann. So, dann könnte ich hier Crack eigentlich alles einsammeln. Ja. 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 Also, er sammelt das Fades. Also nochmal hier. Er bleibt aber nicht einsam. Oh, hier gibt's noch eine, dass wir schneller sind. Ähm, du läufst da runter. Du kannst hier aber auch mal in der Zwischenzeit ein bisschen was... ...das zum Beispiel noch mitnehmen. Ja, nur gut, dass wir hier oben hinterher gelaufen sind, würde ich mal sagen. Weg damit! Jawoll! Die sind da. Die machen nochmal. Ich glaube, ähm, die erhöhen die Fähigkeit. Jawoll! Guck mal, ob wir den hier rein... Aber er muss ja dann auch wieder da raus. So, das nehme ich den mal. Aufm Weg mit! Schade! Geben sich ruhig auf uns entschließen. Entweder einschließen oder abholen. Warten einfach. Wer kommt rein? Okay. Nee, du wartest, du wartest. Angriff. Angriff? Neufatest? Schade. Angriff? Oh! 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 Nein! Das war ich gar nicht. Das war ich gar nicht. Uppsala! Nein! Zur Verteidigung. Oh! 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 No! Nein! Okay, ist ja trotzdem hier, wo ihr wisst, die. Und diese Drudge. Warum kann ich gerade nichts? Na ja? Ach so, 20 Dings fehlen. Okay, die, 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 die. Hier oben. Die, die, die fehlt ja auch. Und Austausch. Das bekommst du. Das bekommst du. Das. Und das. Und das da. Das Buch kann ich nicht drüber gehen. Ja schade. Ach, ähm. Die dort. Diese dort. Und die. Komm, nehmen wir die auch mit. Und wo ist das mit hier die noch mit? Und ich habe hier ein Item vergessen. Genau das. Wer war das schon? So, da geht's dann. Ah, das können wir sie da unten dann mal machen. So, 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 so. Na ja, bleibt das mal hier oben noch kurz. Ähm. Und er geht hier oben. Ja, wer kann nur ne seltene Lager haben. Anders ist es nicht möglich, was bei ihm da abgeht. Und ich hab dasyssane. Und vielleicht wär das. Ne operation arabski. Hey, warum kräft ihr mich nicht an? Warum kräfte mich nicht an? hier ist hier mal das und zwar gold konnte ich hier brauchen und hier guckst du mal rein kannst du denn eigentlich mal artillerie und laufen ja es war so klar das ist das ein assi nein er hat sich in meine einheiten geholt die einheiten waren von mir dann hauen wir hier ab laden das noch mal den letzten stand weil ich hatte mir ein bisschen geld geholt da unten ist mir gerade egal aber ich brauche hier verteidiger drin die da kann ich nicht leisten aber die kann ich mir gleich leisten die freue ich nicht unbedingt den werde ich da nicht ganz alleine stehen lassen ich werde hier im bestimmten handcuff einhecken gehen da wird ich kann auch nicht sehen, dass ich ein spidermin habe hey 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 Das habe ich aufgenommen. Jawohl. Ah, ich geh doch auf die hier! Komm, weiter. Komm, weiter. Jawohl. Immer noch 115 nehmen. Okay, wir warten das weiter. Wir sitzen das weiter aus. Warum geht der denn ab hier und ich? Okay, ist egal. Wir sitzen das aus. Ich kann hier angreifen. Ah, 63 nur noch. Okay, die sind weg. Wolfsdreiter sind weg. Oh, 36 Leute. Ich glaube, es reicht trotzdem nicht. Äh, ja, ne, es hält er nicht durch. Schade, aber es war kein Geil. Das hat Spaß gemacht. Das war ein schöner Geil. Hat mir gefallen. Jetzt holst du dir das zurück. Wo kommen die denn her? Ah, die übrig haben. Er braucht die alle übrig. Ich bin nicht das andere Wort benutzen, deswegen glaube ich schade. Ich hatte ja gesagt, ich wollte mich nicht mehr fließen. Ich weiß es. 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 Eigentlich eigentlich. Aber da ist halt so ein Fieber drin. Es gibt ja so eine Werbung, die erobern wir zurück. Die Boah kommen uns zurück, die erobern wir zurück. Und da ist so eine schöne Werbung. Die wird auch was das Schöne wert. Es gibt ja so eine Werbung, ihr wisst bestimmt, wer ich meine. Ich würde mal sagen, ja. Um die Uhrzeit, wo die Werbung kommt, finde ich es sehr, sehr fragwürdig, dass diese Uhrzeit, äh, kommt. Weil, das sind sehr, sowieso, marital Werbegeschichte, dass ich die Uhrzeiten recht fragwürdig. Ich muss auf den. Ja, du kommst wieder raus. Zack. Ich glaube nicht, dass er das aussetzt, dass er die gleiche Taktik macht wie ich. Oder? Oder? Quatsch. Das macht er nicht. Das macht er doch? Ah, ist das ein Assi echt? Warum kleid er meine Taktik? Okay. Salsack. Das ist nicht schlimm. Das darf ich sagen. Okay. Was ist das denn? Mann! Egal. Ich nehme den nicht unbedingt, aber mit den Imps schleichen. Imps? Mal gucken, dass ich da unten reingehe. Das klaut meine Taktik. Okay. Das klaut meine Taktik. Was? Warum tut er das? Was soll das? Nein. Mit ihr könnte ich eigentlich auch Magie lernen. Das wäre jetzt nicht so verkehrt. Aber ich wollte den Part beenden. Und genau das mache ich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder. Macht's gut ihr Lieben. Tschaui.